halli hallo mein lieben homies willkommen zurück zu resident evil revelation 2 so also ich bin immer noch ratlos ich habe keinen plan wohin bleibt ihr blöd da vor die tür stehen hier können auf jeden fall hier durch das füße oder kommen nicht rein jetzt da nicht die kleine hatten schlüssel dann kriegt die krise nein auch nicht meine güte ist das ein blödes spiel eine spaß und wir sind die will das geil ich bin einfach nur zu blöd ich habe keinen plan ich würde sagen wir gehen jetzt komplett bis ans ende wieder zurück kann sie nur um stundenhandeln meinen die mumis aber so ist das halt wir gehen jetzt komplett den ganzen weg im welt zurück baby muss doch die leiter schon hochklettern kann doch nicht sein von hier sind wir gekommen da ist ja durchgekrabbelt so ein kack spiel nein dann wird es mich jetzt verarschen oder was meine güte denkt der schlüssel hier oder ja mein die mumis ich habe einfach drauf ich habe es einfach drauf bin ich bescheuert da hängt der verkackte schlüssel hier schaltzentralen schlüssel wer jetzt gedacht wo könnte der schlüssel wohl passen ja deswegen mein lieben homies wenn ihr ein spiel spielt seht euch immer genau um dann vermeidet ihr das blöde hin und herren das ist fast ein ganzer paar draufgegangen man 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 ja egal hauptsache kommen wir weiter ich bin einfach der beste keiner hätte diesen schlüssel gefunden außer ich ach schön rein hier ja wunderbar was für kleine hände ich habe den schlüssel nicht drauf natürlich habe ich drauf das ist so eine teile box für unser waffen equipment sage ich mal das ist doch sehr schön hier brauchen wir aber nicht durch wir müssen hier eine schaltzentrale dran nein nein das ist der mit euch nicht richtig die leben immer noch ich glaube das geht rund hier und der braucht nur ein schuss und die anderen 20 stück oder die ist auch nicht schlecht geht gut ab ja sehr schön nice macht spaß mit der knarre so ist hier noch was nein wunderbar ja wir haben das spiel einfach drauf mein lieben homies sehr schön sollen wir noch mal reingucken kommen wir durchsuchen noch mal die ganzen zellen hier vielleicht ist ja noch eine kiste dabei hier ist auf jeden fall ein brief oder ja wie gesagt wer lesen will einmal kurz pausieren sehr schön kein knoppers an der ach knoppers sag ich schon kein toppers an der decke hier knoppers hier jetzt habe ich hunger auf den knoppers läuft bei uns zu dieser zelle kommen wir gleich da ist noch eine kiste sehr schön natalie 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 ich habe es wieder gesagt vergesst den schlüssel dahinten nicht mann 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 muss erst mehr durch klettern da unten ist eine ratte die hat auf jeden fall kraft das kleine mädchen richtig power sehr schön ich habe es ja gesagt ich bin da mal reingekrabbelt aber ist klar wenn man schlüssel dahinten vergesst kommt man auch nicht weiter bevor wir das machen gucken wir jetzt noch mal hier ok jetzt erst gerade steht ein zombie aber es ist berg gut gemacht sich als halber stellen wir doch mal wieder an das mit uns keiner folgen kann wir haben es geschafft meine mummies herrlich dieser ort ist sowas von nicht normal nicht wirklich aber so ist halt leben barry man kann nicht alles haben dass er mir immer ins wort fallen muss der sack ach wisst du was wir vergessen haben scheiße entschuldigung wegen scheiße unser waffenkit das hätten wir jetzt schon verbessern können egal nein tut mir leid schon gut sind fast da hältst du mit ja ich habe kräftige beine ah jetzt so eine runde schwimmen mal so leid ist hier kommen wir eh nicht weiter wenn man das jetzt durch die kleine lücke da gehen endstation ich schmeiße jetzt darüber wir müssen sagen klären wir ja die kiste steht offen dann hatten wir vergessen mit klären über die kiste auf zu machen aber das ist nicht schlimm aber das ist nicht schlimm sie ist verschlossen was jetzt du musst das schloss aufbrechen siehst du etwas das du benutzen kannst ein stein wunderbar gute arbeit süße natalie wir sind ein gutes team ok weiter geht's hier kommen diese schwarzen viecher die auch in resident evil 7 sind bleib in meiner nähe ok ist auf jeden fall gut gemacht ok der eine oder andere wird sie auf jeden fall erkennen ja 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 guck mal der baby hilft auch mal so muss das auch sein da ist da draußen ist was Ach du Scheiße, sieht ja die sehen genauso aus. Wo ist der Penner? Ja. Ich will hier nicht rein. Ich will hier nicht rein. Wo ist das Vieh? Hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Du hast auch nichts gemacht. Ich will hier nicht rein. Was übersehen wir? Hängt dir vielleicht irgendwo wieder einen Schlüssel? Hast du einen Schlüssel, du Penner? Ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Drei Mal haben wir diese Tür. Nichts ist passiert. Stimmt was nicht. Hast du was? Ich glaube, ich habe was zu tun. Ich glaube, ich habe was zu tun. Boah. Babylapin. Es geht mit den Penner, ist eine Sache, die nicht im Bericht war. Diese Insel ist völlig verrückt. Krasse Sache, oder? Was für Freaks. Hier kommt Barry. Was war das eben? Ich weiß nicht, Süße. Halten wir die Augen auf, falls noch mehr da sind. Ja, da werden noch mehr sein, glaub' mal. Das ist auch der Inventar. Schade mit diesem Waffen-Kid, ey. Da habe ich nicht dran gedacht. Eieiei. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Speicherpunkt. Das ist schon mal gut. So können wir hier ruhig sterben. Aber wir werden nicht sterben. Wir ziehen das voll durch. Angst. Glaub' ich. Das ist viel. Äh. Was lohnt, ich war ein Ball an, du Arsch? Entschuldigung, meine Namens. Ist schon mal gut geklappt, oder? Ich habe auch schon mal weggemetzelt den Pinner. Sind das Augenwatter so dick werden? Auf jeden Fall müsst ihr genau da drauf schießen um die Platz zu machen. So Natalie, du kletterst da hoch und wartest da bis ich wiederkomme. Ich habe keine Ahnung wo wir sind. Was voll. Hey, das ist doch scheiße. Drei Schuss dann ist sie weg. Sehr schön. Komm still. Genau. So jetzt auf jeden Fall nicht weiter. Wir haben ja oben rechts unsere Karte. Ich weiß noch nicht wo lang. Ich komme auf diese Karte nicht klar. Hier sind wir wieder am Ende. Hier ist der Turm. Kannst du da nicht hier rüber klettern oder was, du Idiot? Boah, schlimm sowas. Glockenze hat. Glockenze hat. Bitte tut das. Drei Lumpen auf den Karte nicht mehr. Drei Lumpen auf den Karte nicht mehr. Glockenze hat halt den Karte nicht mehr, aber es kommen nur zu schnellen. na super von hier sind wir auch willkommen meine lieben homies ich mache jetzt hier einen kurzen cut dann sehen wir uns gleich wieder bis gleich